Mein lieber Franziskus, vor zwei Jahren haben wir mit unserer Gruppe dein Dorf Colpacuccio in Peru besucht, in den Hochamten. Und du hattest uns erzählt, dass ein Gemeindehaus fehlen würde und hattest uns gefragt, ob wir helfen könnten. Und Elko und ich, wir sagten beide, ja, wir werden versuchen, dass wir dir von Deutschland aus dir und deinen Leuten im Dorf helfen können. Ich liebe Franziskus, vor zwei Jahren, wir sind mit dir in Kolpacuccio, in Keros, in der Nation Keros. Und dort, in der Gemeinde, Annesio Kolpacuccio, hast du uns gesagt, dass es sehr gut, dass wir uns helfen können, zu bauen, um ein Salon online zu bauen, um ein Salon online zu bauen. Und wir sagten, ja, wir werden sehen, was wir tun können, wenn wir uns helfen können. Vor wenigen Wochen haben wir dann unsere Freunde, Pakos, viele viele Menschen gefragt, ob sie helfen würden. Und 40 oder 45 Leute haben gespendet, um das Haus, das Salon kommunal in Kolpacuccio möglich zu machen. Ja, ja. Und seit ein paar Wochen oder ein paar Wochen haben wir gefragt, um die Freunde und andere Leute, die wir kennenlernen und die Tradition wollen, und wir haben gefragt, ob sie sich helfen können, ob sie helfen können. Und ja, 40 oder 45 Leute haben, viele Leute haben helfen können, um ein Salon online zu bauen, in Kolpacuccio. Und als wir uns dann darüber unterhalten hatten, wie der Salon kommunal gebaut werden würde, wie viel Geld die Gemeinde brauchen würde, da sagtest du, du rechnest damit, dass das Gebäude etwa 4.000 Euro kosten würde. Und heute bin ich sehr, sehr glücklich, dir sagen zu können, dass wir das Geld aus Deutschland mitgebracht haben. Und wir haben uns gefragt, wie viel Geld braucht, wie viel Geld braucht, um ein Salon kommunal zu bauen? Und du sagst, dass du mehr oder weniger 4.000 Euro brauchst. Und jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir 4.000 Euro haben, das Geld braucht, um ein Salon zu bauen. Ich freue mich, dass ich dir heute das gesamte Geld überreichen kann. Wir freuen uns, dass wir heute hier die Geld für dieses Projekt geben können. Das ist es. 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 Also, ich habe die Menschen im Aus 20-3000 Rundelgefühl. Also, es gibt hier auch die Menschen, die wir heute machen. Nun haben wir uns die��gerung münchentlich zum Beispiel sehr wichtig. Es ist schon ein simpleses Ansatz, das wir hier abändern, dieses Ziel mit unserem Schläschscholzen zu lesen. Ich weiß nicht, dass wir hier die Kulche von dem Kulche rauskommen, weil wir diese Kulche bei uns nicht vorstellen können, weil sie das für ein Kulche ausfüllen können. Ich bin so gebeten von Ihnen, bei Ihnen nachholen, dass Sie die Einladung von Ihnen ausreiten. Ich bin so gebeten, dass Sie die Einladung von Ihnen ausreiten sind. Ich bin so gebeten, dass Sie sich in der Rede von Ihnen unterrichtet sind. Ich bin jetzt der Rede von Ihnen für den Vereinigten Staaten, mit einem neuen Bundeskanzler Kuhn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 In behalf of my community, we thank a lot to our brothers in Germany, mainly to our sister Elke Hans-Nargin, who has made real the construction of our communal house. It's a very nice gift that Pachamama gave us, understanding that at our place we don't have a place where we can meet, a place where we can share food all together, and it's rainy, it's foggy, though we don't have a place where we can gather all the family. Now we have that, so we highly, highly appreciate to Hanakpacha, the universal God, Kaipacha, power of Mother Earth, Ukupacha, wisdom, by making real it. Definitely I am going to be in charge of doing it. We are going to start our building on September, October. Hopefully we are going to finish this year. Everything that you donated will be well taken care of. I am going to take this money to the Bankfest, and then little by little, according to what we need, I am going to take it out, and then we are going to make real the building of our communal house. From the depth of our heart, thank you very much to all our Paco brothers all over the world. Thank you, thank you very much. So, ich werde es kurz drüber übersetzen. Unser Freund Freddy hat netterweise das Quechua von Franzisco übersetzt auf Deutsch. Und zusammengefasst hat er gesagt, also tausend Dank an euch alle, die ihr gespendet habt. Das ist ganz großartig für sie, denn sie haben es so sehr vermisst, dass sie ein Gebäude haben in Kolpakuchu, wo es sehr häufig sehr feucht ist, es regnet oft oder es ist wahnsinnig neblig. Und sie haben keinen Ort, wo sie sich im Trockenen versammeln können oder wo sie ihre Waren, ihre Nahrungsmittel lagern können, sodass sie trocken bleiben. Und er ist sehr, sehr glücklich. Er dankt dem großen Vater, der großen Mutter, Pachamama und allen Spirits, die es gibt, dass er jetzt das Glück hat, dieses Gebäude bauen zu können. Und dankt euch tausendfach, dass ihr das möglich gemacht habt und alle einen Beitrag dazu geleistet habt. Er verspricht, dass er das Geld sehr gut verwahren wird. Er wird es jetzt als allererstes zur Bank bringen. Und dann wird er das nach und nach wiederholen, je nachdem, was der Bauabschnitt benötigt. Er denkt, dass sie im September anfangen können, zur Arbeit zu bauen. Und hoffentlich werden sie in diesem Jahr sogar noch fertig. Und er wird immer nur gegen Belege, wird er das Geld geben natürlich. Und wir vertrauen ihm da auch vollkommen, dass er dafür sorgt, dass das wirklich in guten Händen ist und dass es passiert. Und wir werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten, was passiert und wie weit es ist. Und wir lassen uns immer Bilder schicken. Wir sind leider nicht immer in Peru, um es selbst gesehen zu können. Aber jetzt haben wir die Chance genutzt, das Geld zu übergeben. Tausend Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Das ist großartig. Nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Wir halten euch informiert. Und nochmals bis bald. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.